Bevor ich mit meinem Vortrag beginne, möchte ich darauf hinweisen, wie jetzt üblich zur Lehreinwohnerversammlung, ich bin eine gewählte Person und damit eine Person des öffentlichen Lebens. Ich muss es mir befallen lassen, dass ich für ihre Tages- und Nachtzeile an jedem Ort gefilmt werde. Nein, nein, nein. Oh, das ist nicht erlaubt. Nein, das ist nicht erlaubt. Dann sollte sich die Frau Fintheis vielleicht nicht immer so in der Mitte verstecken. Dass ich für ihre Tages- und Nachtzeile an jedem Ort... Das Filmen ist verboten, mein Freund. Dass ich für ihre Tages- und Nachtzeile an jedem Ort... dass es zu ihrer Tages- und Nachtzeilen an jedem Ort gefilmt werden. Dass es zu ihrer Tages- und Nachtzeilen an jedem Ort gefilmt werden.